Entschuldige Kumpel, leider schicke ich dich jetzt zurück ins Geisterreich. Skidoush! Okay, hat nicht funktioniert. Ich versuch's nochmal. Skidoush! 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 Was zum... Moment! Warte! Es funktioniert! Nein! Nein! Nein, doch nicht. Hat Oogway dir den kleinen Trick gezeigt? So ein Pech, der funktioniert nur bei Sterblichen. Und ich, ich bin ein Geisterkrieger. Kommt! Willi? Oh! Oh! Zoom! Ich habe mich geirrt. Es tut mir leid. Lauft! Lauft! Ugué, der hier war dazu auserwählt, mich aufzuhalten. Ich hole mir sein Chi. Und dann das von allen anderen. Und du? Hast du wirklich gedacht, du könntest mich ins Geisterreich zurückschicken? Du bist ein dummer Sterblicher. Das funktioniert nur bei Sterblichen. Du hast recht. Ich kann dich da nicht hinschicken. Aber ich kann dich dorthin bringen. Was ist das? Du! Pau! Song! Skadoosh! Song! Nein! Nein! Ah! Was? Was ist passiert? Wo? Wo ist Pau? Er hat Kai mitgenommen. Er hat uns alle gerettet. Nein. Er hat uns gerettet. Aber wer rettet ihn? Wow! Das Geisterreich! Es hat funktioniert! Runter von mir, du! Du hast mich zurückgebracht. Ist nicht meine Schuld. Ich wollte das hier im normalen Reich zu Ende bringen. Dann bringen wir es hier zu Ende. Dann bringen wir es hier zu Ende. Komm schon, Sohn. Kämpfe! Wir müssen ihm helfen. Wir müssen ihm helfen! Okay, kommen alle her. Alle zu mir. Gut so. Dicht zusammen. Komm schon. Wir können es schaffen. Du hast uns gelehrt, was unsere Bestimmung ist. Ein Vater zu sein. Eine Freundin. Ein Klößchenkicker. Eine Kampfmaschine. Ein Knuddler. Nunchaku, Chica. Streifen, Baby! Eine Familie. Eine Familie. Bitte sch parrot Eine Familie. hotschets.